Hallo und herzlich willkommen hier zum Video. Mein Name ist Alex Thieme, ich bin der Geschäftsführer von der A&M. Wahrscheinlich, mit Wahrscheinlichkeit von so 80 Prozent kennen wir uns auch schon persönlich. Für die anderen 20 Prozent werden wir noch nie gesprochen haben. Ich bin der, der normalerweise die Partner strategisch berät und schaut, wo es in die Zukunft hingeht. Und dieses Video ist ganz, ganz wichtig, weil wir feststellen, dass aufgrund der Materialthematik, die die letzten Jahre sich angestaut hat, aufgrund der Mitarbeiterthematik, aber aufgrund der Ukraine-Geschichte gerade, viele Dinge anders laufen als die letzten Jahre. Und ich möchte dir jetzt so einen, ja, Quick-Startplan an die Hand geben, wie du die nächsten Jahre einfach gut überstehst. Weil wenn du überstehst, ist das für uns natürlich auch gut, weil du Partner bei uns bist. Und entsprechend wir natürlich auch von dir irgendwo mit leben, ist logisch, du aber auch von dem, was wir bringen, lebst. Und ich möchte jetzt einfach dafür sorgen, dass du die Sachen an der Hand hast, die dafür sorgen werden, dass die Zeit auf jeden Fall kein Problem sein wird für dich. Da werden Sachen dabei sein, die du vielleicht schon machst, das hoffe ich zumindest. Da werden auch Sachen dabei sein, die du wahrscheinlich noch nicht machst. Meine Empfehlung, mache alles davon. Wenn du mit einzelnen Sachen anfängst, kein Thema, aber du solltest innerhalb der nächsten, ich sage jetzt mal Wochen, spätestens Monate, alle diese Sachen umgesetzt haben. Das allererste, was wir bei vielen Partnern gerade merken, ist das Thema Liquidität. Also einer der wichtigsten Punkte überhaupt jetzt für die kommende Krise, ich nenne es einfach mal so, weil das wird kommen, ist das Thema Liquidität. Was bedeutet Liquidität? Das bedeutet Geld, das auf dem Konto liegt. Dir bringt aller Umsatz nichts, wenn das Geld nicht auf dem Konto ankommt. Und hier sind verschiedene Dinge, die du auf jeden Fall beachten sollst. Und Liquidität sollte immer einer der Kernpunkte sein. Das heißt, es sollte bei dir absoluter Standard sein. Ich sage es gefühlt jeden Tag zweimal, aber ich sage es auch gerne nochmal, dass du mindestens das, was du dem Hersteller bezahlst, als Anzahlung vom Kunden nimmst. Also Anzahlung, ich sage jetzt einfach mal, mindestens Materialaufwand. Ich habe mehr als genug Leute, die mir sagen, ja Liquidität ist so ein Thema, weil wir wachsen ja auch gerade, wir schreiben viele Aufträge und wir haben nur 20% Anzahlung, 52% Material und ich denke mir, das funktioniert langfristig nicht. Wenn jetzt mal das Material nicht direkt kommt, sondern zwei Monate später kommt, drei Monate später, dann gehst du drei Monate mit 30% erstmal in Vorleistung. Und du wirst feststellen, eine Person, wenn die jetzt sagt, ich bin nicht bereit, 20% zu bezahlen, kannst du davon ausgehen, die wird auch, wenn die Ware da ist, nicht bereit dazu sein. Viele haben hier Angst, dass sie auf dem Weg einfach Leute verlieren, dass Leute sagen, ja, nee, also Vorleistung sehe ich gar nicht ein, weil die sind ja auch unsicher. Du kannst es einfach erklären, ganz ehrlich, wenn wir jetzt sagen würden, wir finanzieren es komplett vor, dann können sie sich darauf verlassen, dass ihre 20% dann auch weg sind, weil wir dann nämlich pleite gehen würden. Weil so viel können wir gar nicht vorfinanzieren, gerade weil es dann doch relativ unberechenbar ist, ob es jetzt nächsten oder übernächsten Monat am Ende ankommt. Sie planen aber eh die 50% an, also wenn sie die uns überweisen, können wir die direkt weiterschieben. So, das ist aber Punkt 1. Hier gibt es noch einen kleinen Trick, will ich auch noch mitgeben. Du kannst das auf 70 bis 80% relativ locker bringen. Bis 80% haben wir mittlerweile bei vielen Partnern getestet. Das sind tatsächlich reale Zahlen. Also Anzahlung wirklich vom Gesamtauftragswert, 70 bis 80% vorweg, wenn du den Leuten anbietest. Also wir empfehlen immer 50% Minimum. Und alles über 50% ist freiwillig, wird aber noch mit zum Beispiel 2% Skonto begrüßt, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn er jetzt 70% macht, hat er auf 20% nochmal 2% Skonto. Klingt einfach, ist es auch, ist aber super mächtig. Solltest du auf jeden Fall machen. Also das ist das erste Thema, deine Liquidität muss stimmen. Das musst du im Griff haben. In unserer weiterführenden Beratung besprechen wir mit Partnern ganz genau, wie so eine Liquidität genau aufgebaut wird, wie das konkret aussehen kann, beziehungsweise wie man die Kosten auch verteilen sollte. Aber wenn du die Sachen das mal einhältst, dann hast du schon 70, 80% der Probleme gelöst. Das schon mal vorweg. Nächstes Thema. Nächstes Thema, was ganz wichtig ist. Ich habe jetzt mit mehreren Partnern gesprochen, die sagen, ja, lieber Alex, wir würden gerne die Werbung erstmal pausieren, weil wir Geld sparen wollen. So. Jetzt ist aber das Ziel von Werbung eigentlich nicht Geld auszugeben, sondern Geld reinzubekommen. Und das hat er irgendwie nicht begriffen. Er macht jeden Monat über uns 5-stellige Umsätze und will jetzt die Betreuungspauschale sparen, die paar, ich sag mal 100 Euro. Wenn es hochkommt, wäre Budget mal 1.000, 2.000 Euro. Will ersparen, wo aber auf der anderen Seite auch 30, 40, 50.000 Euro Umsatz wegfallen würden. Macht überhaupt keinen Sinn. Gerade in der jetzigen Zeit, gerade wenn du merkst, die Aufträge werden knapper, musst du in Werbung gehen. Weil was ist die Alternative? Einfach abzuwarten, dann werden die Aufträge weiter runtergehen. Du hast noch weniger Möglichkeiten. Also auch hier ganz wichtig, zweiter Punkt. Und klar, das klingt jetzt eigennützig für mich, wenn ich das sage, aber faktisch gesehen ist es so. Sorge dafür, dass dein Marketing wirklich deiner aktuellen Auftragslage angepasst ist. Das bedeutet weniger Aufträge, mehr Marketing. Viele machen es ja, die sagen, ja, nee, ich mache Marketing mal prozentual vom Umsatz. Ja, aber das funktioniert doch nicht. Wenn du voll bist, wenn du 100% machst, dann musst du gar kein Marketing machen. Dann machst du gerade den höchsten Betrag. Wenn du nur Hälfte ausgelastet bist, machst du nur die Hälfte, obwohl du heute eigentlich viel mehr, als wenn du 100% ausgelastet wärst. Das ist im Kopf eigentlich gar nicht sinnvoll, wenn man es wirklich durchgeht, aber viele machen es so. Also zweites Thema, Marketing. Wie gesagt, wenn du da irgendwelche Fragen, irgendwelche Probleme hast, du bist Partner bei uns, du kannst dich jederzeit da an uns wenden. Du hast deine Ansprechpartner und du kannst da jederzeit hingehen und sagen, hey, ich will mal eine Beratung mit dem Alex haben. Überhaupt kein Thema, dann sprechen wir gerne darüber, was man konkret hier dann machen kann. Gut, ich sage das jetzt so einfach, wenn 600 Leute auf einmal sagen, ich will eine Beratung, dann kann es auch mal ein paar Wochen dauern, bis du einen Termin hast. Aber ich denke, es ist sowieso meistens, die meisten schauen es sich an, die wenigsten setzen leider um. Trotzdem will ich jetzt die paar erreichen, die Lust haben, was umzusetzen. Und wie gesagt, dann gerne spreche ich auch mich an, beziehungsweise ich spreche auch die Kollegen an, die direkt einen Termin bei mir machen können. Das ist überhaupt kein Problem. Nur mir geht es darum, mach dir klar, du musst jetzt in der Zeit gerade Gas geben im Marketing. Nicht Kosten reduzieren, das bringt es nicht. Das wird das Problem nicht lösen. Das sorgt dafür, wenn der generelle Markt runtergeht, dann hast du zwar weniger Kosten, aber auch noch viel weniger Umsätze. Unverhältnismäßig viel mehr Umsätze. Und dann ist das Minus, was unten steht, noch viel größer. So, wenn du die paar hundert, sagen wir mal tausend Euro für Marketing noch zusätzlich einplanst. So, nächstes Thema. Und das ist auch so ein Thema, was in meinen Augen die meisten halt komplett vernachlässigen irgendwo. Vertrieb. Es muss deine Aufgabe sein, beziehungsweise es wird so sein, dass in dieser Zeit die Unternehmen, die guten Vertrieb machen, überleben. Was bedeutet guter Vertrieb? Du hast für uns die Schulungsanlagen an der Hand. Ich sage jetzt einfach nur nochmal, was es konkret bedeutet. Qualifizierung. Ich verschwende keine Zeit mit Leuten, die zum Beispiel kein Geld haben. Qualifizierung. Weil für die Leute ist es Zeitverschwendung, die können eh nichts bei dir kaufen. Für dich ist es Zeitverschwendung, weil die können eh nichts bei dir kaufen. Es bringt beiden nichts. Also warum solltest du Beratungen mit dir machen? Ich verschwende keine Zeit mit Leuten, die erst in drei Jahren das Produkt wollen. Bis dahin ist es eh anders. Viele sagen jetzt, ja, aber ich will ja jeden beraten. Der hat mich vielleicht gut im Kopf. Ja, vielleicht. Aber wahrscheinlicher ist es, das hätte ich in drei Jahren vergessen halt faktisch gesehen. Weil es ist nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie wie vor 100 Jahren nochmal mit einem redet und das ist der Erste, mit dem man darüber gesprochen hat und dann macht man das bei dem. Sondern es ist so, dass ich heute alleine wahrscheinlich zu deinem Produkt jeden Tag zehn Eindrücke bekomme. Unwahrscheinlich, dass ich in drei Jahren noch kenne. Das bringt also gar nichts. Qualifiziere richtig. Qualifizieren ist ganz, ganz wichtig. Und damit nur die Leute beraten, die auch wirklich Kunden werden können. Beratung dafür aber, ganz wichtig, dann wirklich intensiv machen. Wir erleben es leider sehr oft, dass viele nicht nur mit unseren Anfragen, sondern generell mit den Kunden so umgehen, dass sie lieber gehen, dass sie ein Angebot schicken, in der Hoffnung, dass man mal werden schon zurückschicken. Die Leute, die eigentlich die Angebote wirklich annehmen könnten, damit kommt die Beratung zu kurz und bei den Leuten, die es nicht können, wird sie zu groß. Das heißt, ich verteile da meine Zeit genau eigentlich falsch. Das ist ganz wichtig. Ich schau wirklich. Qualifiziere die Leute und wenn du einmal diesen Punkt hast, du sagst, ich habe nur noch Leute, die wirklich qualifiziert sind bei mir im Vertriebsprozess drin, die anderen werden davor schon ausgefiltert, dann mach auch Follow-up, geh auch nach. Lerne Einwandbehandlung. Auch wenn du dazu Fragen hast, frag uns gerne. Das ist überhaupt kein Problem. Wir helfen dir gerne weiter. Aber du musst vertrieblich einfach besser werden. Es wird nicht mehr so sein, egal wo du gerade stehst, du musst besser werden. Weil faktisch gesehen, die meisten Leute, also selbst Leute, die gut sind, haben immer noch Potenzial nach oben. Das ist klar, die meisten Leute sind gerade auf dem Trichter, dass sie 70% ihres Umsatzes über Empfehlungen machen. Die denken, die sind schon richtig krasse Vertriebler. Dabei sind es einfach nur Leute, die Bestellungen annehmen. Und es werden weniger werden in Zukunft, weil der Gesamtmarkt halt sinkt. Und dann musst du es einfach auch schaffen, die Leute, die aktuell noch auf der Kippe stehen, die Leute, die vielleicht noch nicht so begeistert von dir sind, trotzdem für dich zu begeistern am Ende. Bedeutet, Follow-up muss gemacht werden. Das heißt, immer nachverfolgen, immer dafür sorgen, dass du der Proaktive bist, dass du dich darum kümmerst. Ja, letzten Endes, dass die Person auch zu dir kommt dann, klar, und dass du halt dranbleibst bei der Person. Follow-up, ganz wichtig, bei jedem Kunden immer ein nächstes Wiederverlager-Datum, beziehungsweise bei jeder Anfrage, bis ein Kunde wird, oder er sagt, er hat einfach kein Interesse daran. In dem Fall fällt heraus, ansonsten wird immer weiter gefollow-upt. Und Einwandbehandlung machen, wenn er sich unsicher ist, fragt nochmal nach. Wenn er dir eine Mail schreibt, hey, ich möchte das mit euch nicht machen. Gut, ruf an, warum nicht? Und du wirst feststellen, dass du in ganz vielen Fällen diesen Kunden wieder zurückgewinnen kannst. Und das macht den Unterschied, diese 20, 30 Prozent Fälle, wo du die Kunden wirklich wiederbekommst, 71 Prozent sind für die Tonne. Aber die 20, 30 Prozent, wo du die Kunden wiederbekommst, die machen den Unterschied, ob du die Krise gut überstehst oder halt auch nicht. Nächste Sache, und das ist damit auch erstmal die letzte Sache von diesem, nein, sag mal die vorletzte Sache. Eine Sache habe ich noch, aber das ist die vorletzte Sache. Punkt vier von diesem Aktionsplan ist das Thema Bestandskunden. Ich sage es am Tag auch gefühlt genauso oft wie das Thema Liquidität. Und ich weiß, dass es auch nur zu einem Bruchteil gemacht wird. Ich gebe dir mal einfach eine kleine Story von einem Partner von uns. Relativ neu am Start, machen sehr, sehr komplexe Raumkonzepte. 30 Kunden bisher gewonnen. Noch nicht viel. 30 Kunden. Ich habe den jetzt, und das habe ich dir auch schon an die Hand gegeben, garantiert schon mal, du hast schon mal in irgendeiner Form gehört, unser Bestandskundenskript an die Hand gegeben. Bedeutet, du rufst die Bestandskunden an, fragst sie, wie zufrieden die sind, wenn die zufrieden sind, fragst du, ob die noch was bei euch machen wollen. Wenn nicht, fragst du nach einer Empfehlung und wenn das auch nicht klappt, dann holst du dir eine Bewertung ein. Du hast festgestellt, in vielen Gesprächen holst du was raus. Und die haben 30 Leute gehabt in ihrer Liste komplett. Die haben die alle angerufen, die haben nicht alle erreicht natürlich. Wenn es hochkommt, dann hat die vielleicht 10, 15 erreicht. Und die haben daraus zwei Empfehlungen gewonnen, die Kunden geworden sind. Und das ist einer der ganz wenigen, die es wirklich mal durchgezogen haben, weil die meisten machen das gar nicht. Wir haben auch andere Partner, einen anderen Partner, lass mich kurz rechnen, 60 Leute hatte der, Aufträge gemacht in dem Wert von einem Vierteljahr Arbeit. Er hat ein Vierteljahr, ich weiß nicht, wie viel ist die Summe jetzt, war irgendwas um die 100.000. Er macht eine Beratung, er ist Architekt im Endeffekt, hat irgendwas um die 100.000 Euro Auftragswert für diesen 20 Anrufen rausgeholt. Weil da einfach jeder Zweite was Größeres machen wollte wieder. Oder was Kleineres. Und das ist so ein Ding, auch natürlich Empfehlungen, die da gekommen sind dann, das ist klar. Und das ist wieder so ein Ding, wo ich sehe, er hat ein Drittel der Liste und er ist wieder ein Vierteljahr ausgelastet. Wenn du eine Liste mit 20.000 Leuten rumliegen hast, das gilt gerade dann, wenn du diverse Produkte hast, wenn du Möbelhaus bist, was verschiedene Produkte hat, wenn du Bauelemente machst, das gilt aber auch, wenn du natürlich klassisch Küchen oder Heizungen machst, das gilt auch, wenn du PV-Anlagen machst, weil dann kennen die Leute wieder Leute. Aber wenn du diese Listen anrufst, mit diverse Produkte hast, dann kannst du sowieso was verkaufen und wenn nicht zumindest eine Empfehlung holen. Und wie gesagt, ich erlebe sehr viele Möbelhäuser, wo die Inhaber rumsitzen und sagen, jo, irgendwie ist gerade weniger mit Aufträgen, was macht man da? Und man muss jetzt nicht direkt im ersten Schritt 10.000 Euro in Werbung stecken. Natürlich, das Werbebudget würde ich auf jeden Fall erhöhen an so einer Stelle, aber ich würde vor allem noch die Durchschnittskunden anrufen, weil das sind Leute, die vertrauen dir schon. Das sind Leute, die kennen Leute, die vielleicht noch Geld haben und die auch noch in Frage kommen. Heute musst du dir auch eine Sache klar machen, vielleicht mal so ein Grundgedanke, der jetzt auch noch gar nicht richtig rüberkam, das stelle ich gerade fest, aber so ein Grundgedanke. Es ist so, ich mache das mal so hier, wenn wir jetzt sagen, wir haben hier so eine Kurve und wir haben jetzt einfach mal das Einkommen von Leuten, so und wir haben, ne, wir machen es andersrum, wir machen hier das Einkommen hin, das Einkommen der Leute und hier ist quasi damit, ich habe gesagt mal, die Kaufwahrscheinlichkeit, ist relativ simpel. Ist klar, je weiter von das Einkommen ist, desto höher ist die Kaufwahrscheinlichkeit. Also es ist klar, dass wenn ich wenig Einkommen habe, meine Kaufwahrscheinlichkeit vielleicht nur hier ist, wenn ich hier vorne bin, ist sie aber irgendwo hier, beziehungsweise hier, weil ich es mir einfach auch eher leisten kann. Das heißt, bei einkommensstärkeren Klientel, oder hier anrufen, bei einkommensstärkeren Klientel ist die Kaufwahrscheinlichkeit umso höher. Das heißt, ich könnte sagen, bei ganz wenig Einkommen, sehr geringen Kaufwahrscheinlichkeit, geht es erst hier irgendwo los, wo man leben kann und hier steigt es dann aber auch, logischerweise an, weil ich mir es einfach leisten kann und was wir jetzt haben wollen, was wir die meisten nicht beachten, wir wollen dieses Segment hier, das sind prozentual von der Gesamtbevölkerung, nicht so viele, das muss man auch ganz klar sagen, wenn man jetzt noch eine Kurve daneben stellen würde, die besagen würde, Gesamtbevölkerung und Einkommen, das können wir vielleicht auch mal machen. So, gerade überlegen, wie rum das am sinnvollsten ist. Genau, mal hier Einkommen und hier ist jetzt Bevölkerung. So, relativ simpel, jetzt haben wir hier 10, 20, 30, 40, 50, bis 100% der Bevölkerung. Da ist es einfach so, dass ein ganz kleiner Teil sehr viel verdient und ganz viele relativ wenig verdient. So ist einfach die Verteilung realistisch. Du hast ja nur 10%, die wirklich viel Geld verdienen. Aber genau hier müssen wir rein. Genau, das ist das Segment, was auch in der Krise weiterhin Geld investieren kann. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, weiterhin Werbung zu gehen. Das muss das Ziel sein die ganze Zeit, diese Leute abzuholen. Davon gibt es immer genug für jeden Einzelnen da draußen. Nicht für alle. Das ist klar. Also nicht alle Leute da draußen werden die Zeit überstehen. Das ist komplett jedem hier klar. Das ist jedem, der das Video schaut, klar. Aber du kannst dazugehören, zu denen sie überstehen. Du kannst gerade zu denen dazugehören, die in der Zeit profitieren, weil du dich genau auf dieses Segment hier mehr fokussierst, wenn die meisten einfach die Frierenzinskorn werfen, gar kein Geld für Werbung ausgeben. Werbung wird günstiger werden die nächsten Jahre, weil weniger Leute in Geld in Werbung stecken, weil sie diesen in meinen Augen Fehler machen zu sagen, ich reduziere die Kosten, die eigentlich sowieso jetzt eigentlich nicht so hoch sind, die drei prozentig Werbung auskäbe und sorge aber damit dafür, dass die 30, 40 Prozent, die zum Beispiel über Personal drauf gehen, einfach mal gar nicht so genutzt werden können, wie ich will. Das muss man sich im Kopf einfach mal klar machen, man hat es auch Zungen zergehen lassen. Das Ziel ist es sein, diese Leute abzuholen. Natürlich, wenn du jetzt die ganzen anderen Leute anrufst, auch Leute, die hier sind, die kennen vielleicht nochmal jemanden in dem Segment und wenn du deine Bestandskunden anrufst, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch mal wieder solche hier dabei zu haben, die empfohlen werden und das Segment wollen wir haben die nächsten Jahre und selbst wenn das Gesamteinkommen ein bisschen sinkt, wenn es hier vielleicht nicht mehr so, sondern so ist, gibt es immer noch genug Leute, die hier drin sind und diese Leute wollen wir nach wie vor haben. Da ändert sich nichts dran. Okay, ich denke, das ist soweit nachvollziehbar. Fünfte und letzte Sache und das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der irgendwo alles so ein bisschen zusammenfasst, schaffe Standards für dein Unternehmen. Sorge dafür, dass der Ablauf, ich schaffe es hier mal ganz groß, Standards und Struktur Sorge dafür, dass du dir einmal, fehlt, ah, Sekunde, Standards und Struktur, Sorge dafür, dass deine Abläufe flüssig sind, dass eben wenig kommuniziert werden muss, also Kommunikation soll möglichst wenig sein, weil Kommunikation sorgt für Fehler, sorgt dafür, dass jeder Mitarbeiter jederzeit weiß, was zu tun ist, sorgt dafür, dass es eine gute Struktur gibt, sorgt dafür, dass dein Vertrieb gewissen Regeln folgt, dass deinem Vertrieb, ich sage mal zum Beispiel, auch geskriptet ist, nutze Skripte für solche Themen, weil das sorgt dafür, dass, egal ob du jetzt Vertriebler 1, 2 oder 3 hast, die einen plus minus gleichen Job machen und auf solche Sachen musst du zurückgreifen und wenn du es jetzt schaffst, weil man kann ungefähr sagen, dass 30% der Zeit, die gerade Handwerker verbringen, real, tatsächlich rausgeschmissen sind, weil die mit Kommunikation draufgehen, mit irgendwelchen Rücksprachen draufgehen und wenn du es schaffst, diese 30% mal zu reduzieren, sagen wir, du schaffst es, die auf 15% zu reduzieren, dann schaffst du mit den gleichen Leuten 15% mehr Umsatz. Wie du den jetzt interpretierst, ob du sagst, du kannst 15% Preisnachlass sogar machen, weil deine Leute schaffen ja mehr in der gleichen Zeit, musst du natürlich nicht oder ob du sagst, keine Ahnung, du steckst dir das Geld in die Tasche, du steckst das Geld in Werbung, du steckst das Geld in neue Mitarbeiter, ist ja komplett egal, aber erstmal hast du diese Situation und am Ende ist es einfach so, dass der, der mit den Mitarbeitern am besten umgehen kann und der die am besten einsetzen kann und den meisten Wert daraus schöpft, einfach langfristig die besten Mitarbeiter haben wird und dem langfristig am besten gehen wird. Wenn du zu diesem Thema Strukturen und Standards, und da geht es wirklich ganz viel darum, was sind deine eigenen Standards für dich im Kopf und ich höre so viele Leute da draußen, die sagen, ja das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, ohne dass sie überhaupt darüber nachgedacht haben und es gibt andere Betriebe, die kennen die sogar und die sagen, ja bei denen geht das irgendwie, ja dann geht es ja doch scheinbar, dann ist es ja nicht unmöglich, wenn es bei denen geht, ja bei uns geht es aber nicht, weil das ist ja was ganz anderes. Dann kommen wir die Ausreden, und viele Betriebe sind auch viel schlechter aufgestellt als diese 30%. Da ist man teilweise 40, 50% Zeit, die einfach drauf geht für irgendwelche dummen Abstimmungen zwischendurch, wo die Person nochmal rausfallen muss. Also ich schaue wirklich in der Frage, wirklich deine eigenen Standards, in der Frage, ob du mit der Struktur zufrieden bist, in der Frage, wie oft du für irgendwelche Dinge angesprochen wirst, wo du sagst, das ist doch jetzt gar nicht mein Kernbereich, das ist doch gar nicht mein Kerngeschäft, hier bin ich gerade wieder Feuerwehrmann. Jedes Mal, wo das passiert, musst du dir eigentlich klar machen, da fehlt was an der Struktur. Auch wenn du darüber reden möchtest, ich lasse mich gerne bei dir zusammen, auch kostenfrei, wir können gerne mal eine halbe Stunde sprechen, was konkret man da machen kann, was konkret man für Möglichkeiten hat, wo du vielleicht das Potenzial für dich siehst. Nur mir ist wichtig, unabhängig davon, was du jetzt davon in Anspruch nimmst, nutze es. Weil das wird dafür sorgen, das wird entscheiden, ob du die nächsten 1, 2, 3 Jahre gut überstehst, ob du, ich sag mal, vielleicht sogar Marktanteil dazugewinnst, ob du vielleicht Mitarbeiter dazugewinnst, ob du vielleicht wächst, ob du vielleicht sogar mehr Gewinn machst, reicher bist danach als davor oder ob du jeden Abend mit Kopfschmerzen, Bauchschmerzen ins Bett gehst, weil du sagst, ich weiß halt nicht, wie es jetzt die Tage weitergehen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wo das ganze Geld hin ist und du dir solche Fragen stellst. Die Fragen, die du dir stellen wirst in Zukunft, bestimmst jetzt du allein mit deinen Handlungen und es ist jetzt viel Verantwortung, die ich dir gebe, das ist mir auch bewusst, viele würden auch sagen, ja, nee, das ist ja voll einfach, so aus deiner Perspektive zu sagen, aber im Endeffekt gilt es für uns als Unternehmer jetzt in dieser Zeit diese Verantwortung anzunehmen und dafür zu sorgen, dass wir im Endeffekt die Zügel wieder in die Hand nehmen und es nicht mehr einfach vom Markt treiben lassen, wie er sich gerade entwickelt. Der Markt entwickelt sich gerade in eine Richtung, in die ich nicht möchte. Also lasse ich mich nicht treiben, sondern ich gehe in eine andere Richtung und das kann ich selber entscheiden. Da habe ich selber meinen Einfluss und meinen eigenen Einflussbereich und mein Ziel ist einfach, mit diesem Video, den für dich vielleicht etwas zu vergrößern. Nimm Sachen mit, setz Sachen davon um, schau dir das Video gerne zwei-, dreimal an, schau dir das gerne mit deinen Führungspersönlichkeiten zusammen nochmal an, schau es mit deiner Frau, mit deinem Mann an, wie auch immer, aber mach was daraus. Weil jedes dieser Punkte kann dafür sorgen, dass es dir einfach in den nächsten zwei, drei Jahren deutlich besser geht, als es anderen geht und die Zeit einfach super überstehen wirst. In dem Sinne, wie gesagt, wenn Fragen sind, melde dich bitte bei uns. Also wirklich drängende Bitte, wenn irgendetwas ist, melde dich. Wir wollen dich gut durch diese Zeit bringen. Wir haben das Know-how, wir haben die Fähigkeiten, wir haben die Erfahrung, das auch zu machen. Wir rechnen dir die Hand, du musst sie selber annehmen. Wenn du dich schon bei uns beraten lässt, dann natürlich, dann intensiviere ich das auch nochmal. Ich wünsche dir erstmal eine gute Zeit, dass du die Zeit sehr gut überstehst und bitte, 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 melde dich, In diesem Sinne, dir eine erfolgreiche Zeit und wir hören und sehen uns.